Der neue Renault Clio bietet eine überzeugende Auswahl an Benzinmotoren, um jedem Bedarf gerecht zu werden. Dieser 3-Zylinder-Turbo-aufgeladene Motor mit einem Hubraum von 999 Kubikzentimetern ist ebenso leistungsstark wie sparsam. In Kombination mit dem stufenlosen CVT-Getriebe entwickelt er eine maximale Leistung von 74 Kilowatt und stellt ein Drehmoment von 150 Newtonmetern bei 2750 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung. Er ist mit den neuesten Technologien ausgestattet, um Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen so niedrig wie möglich zu halten. So ermöglicht beispielsweise die variable Ventilsteuerung einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Einige Bauteile wurden aus Aluminium gefertigt und sind daher besonders leicht. Andere Bauteile wurden mit Grafit oder Kohlenstoff beschichtet, um eine hohe Standfestigkeit zu erzielen. Immer in Tuchfühlung mit den Spitzentechnologien und bestrebt den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken, wurde dieser Motor mit einer Start-Stop-Automatik ausgestattet. Wenn Sie an Ampeln oder im Stau halten, versetzt dieses System den Motor in den Standby-Modus. Sobald Sie bei stehendem Fahrzeug das Bremspedal betätigen, dann stößt Ihr Fahrzeug keine Abgase aus und in Ihrem Auto herrscht Ruhe. Die Automatik lässt den Motor wieder an, sobald Sie den Fuß vom Bremspedal nehmen. Dazu kommt eine Technologie zur Rekuperation von Energie beim Bremsvorgang. Die Energie wird vom Drehstromgenerator aufgenommen und in der Batterie gespeichert. Dadurch bleibt das Ladeniveau der Batterie erhalten, ohne dass der Motor in Anspruch genommen wird. Dieses System ist mit der Start-Stop-Automatik des Motors verbunden. Schließlich ist dieser Motor mit einem modernen Abgasreinigungssystem ausgestattet, welches Stickoxide und Kohlenwasserstoffe in den Abgasen reduziert. Und jetzt kommt die